hallo willkommen damit sind wir in der ersten runde vom tcp turnier auf der einen seite flemmi und auf der anderen seite daniel und wer das grobe system von tabletürf nicht ganz versteht oder oder neu als hier sich das zum allerersten mal anguckt in tabletürf geht es grob darum im normalen turfbau system die meiste fläche einzufärben und wer das dann am ende hinbekommen hat der hat gewonnen fläche kann man eben durch diese quadrate einfärben und jedes quadrat ist quasi ein punkt und man kann auch besondere felder haben und zwar sehen wir hier schon auf seiten von daniel zwei dieser besonderen felder am brennen sind und zwar sind das die sozusagen sogenannten spezialpunkte diese spezialpunkte so umkreist hat dass alle umliegenden felder in einem quadrat drumherum entweder in der eigenen farbe oder in der gegnerischen farbe eingefärbt ist gilt dieser spezialpunkt als aktiviert und dann kann man am ende natürlich einen spezialangriff machen die anzahl an da für die karte um ein spezialpunkt machen die stehen dann auf den karten drauf wie wir sehen hat jetzt daniel fünf spezialpunkte bedeutet wenn er jetzt eine ziemlich große zahl wenn er jetzt eine ziemlich große karte gleich bekommt kann er einen sehr sehr starken spezialangriff machen denn sind wir mal gespannt wie das hier jetzt schatten geht die kommentatoren sind diesmal ich der gute weger und ja an meiner seite ist ruby hallo ja was du noch vergessen zu erzählen die spezialpunkte die sind ja so wichtig weil du damit die anderen felder überschreitest von dem gegner aber du kannst nicht ein angriff über ein spezialfeld des gegners heißt du musst dich darum bauen das ist sehr wichtig das stimmt und wir sehen jetzt wie daniel seinen ersten der erste special musik wird ja wenn wir hier an den karten ist ein bisschen eingesperrt er hat nicht so viel was er gerade irgendwie ein spezialpunkt herauskriegen kann und daniel setzt hier was ein kriegt damit plus elf hat natürlich jetzt einen sehr großen vorsprung drei züge jetzt noch hier muss jetzt auf jeden fall agieren weil sonst alles tatsächlich mit der ersten runde problem ist kann gerade nur eine karte platzieren und kann sich fast gar nicht welche punkte er muss jetzt sogar aussetzen das sind weitere special punkte für daniel jetzt an die 90 punkte und jetzt wahrscheinlich noch mal eine special nutzen kann der goldie wird jetzt gezündet wird hier wird wahrscheinlich sehr viel verheerenden schaden anrichten die mit der stapel ledigsten ob das so gut war der sniper konnte auf jeden fall noch mal durchdringen aber das ist das ist am ende doch tatsächlich knapper geworden als ich mir das vorgestellt habe aber daniel nimmt den ersten des heutigen abends mit ja was natürlich ja auch krass war ist die anzahlen special punkten im vergleich zu blenden die da war dann jetzt einfach massenhaft im vorteil sehr sehr stark hier auf jeden fall eine spezial punkte eingesetzt man hat auf jeden fall gesehen das waren definitiv nicht die ersten runden die daniel hier table turf gespielt hat wir auch gucken was für ein level daniel hier hat level 29 ist definitiv nicht schlecht und wir gehen wieder rein die nächste runde die zweite dieses mal sehen wir nicht die lange map diesmal sehen wir die quadratförmige map die etwas besorgen die ein besonderes gimmick hat und zwar sehen wir hier schon die hat in der mitte ein loch und dieses loch an logischerweise nicht mit mit feldern überseht werden bedeutet man muss sich darum herum das natürlich so das wichtigste ist bei table 12 sage ich jetzt mal muss so schnell wie möglich zum gegner kommen um den gegner davon abzuhalten zu schnell zu dir zu kommen ist jetzt so ganz einfach zu sagen du musst die mitte teilen und versuche mehr von der mitte für dich zu gewinnen und dann deine eigenen basis die schön breit zu machen um deine special punkte hochzubekommen und in den letzten paar runden halt einen schönen spezialangriff auspacken und hier haben wir auch gesehen dass jetzt beide spieler tatsächlich ein feld gleichzeitig haben wollen dass der fall ist kriegt tatsächlich die karte mit dem niedrigeren kartenwert der kartenwert kann unten links bei der karte gesehen werden tatsächlich die niedrigere karte den vorrang vor der höherwertigen wegen hat auch gerade daniel oben rechts vor zu bekommen vor flammy jetzt sehen wir in der in dieser runde jetzt schon mal dass daniel nicht so schnell zu seinen spezial punkten kommt aber dann muss man sagen hat in deinem modernen besten abgekapselt hat er nicht die volle punktzahl heraus bekommen wir sehen auch wirklich dass daniel hier seine seine züge weise wählt hat er zwei scheinbar zwei weitere spezialpunkte gehen auf das konto von daniel überbauen sich hier die ganze zeit hat anscheinend schon gewählt aber an den brauchen noch ein bisschen sich ohne sich an diese lücke da wieder gestand ist wird man reingemacht ich verworfen sie sich nicht aber ein weiteres geschehen damit sind beide bei drei es muss daniel agieren in der letzten runde war es flammy aber jetzt muss daniel sehr weise wählen was er macht ich weiß nicht ob das so gut ist aber wenn die hat die big shot karte so schlecht aber wenn er damit was anfangen kann wird natürlich cool sein jetzt natürlich mit vier special points kann er was sehr großes anrichten er nimmt die rush ein bisschen in feindliches territorium kommen aber das ist der letzte zug und das sieht sehr sehr schlecht aus kann er mit dieser elita jetzt noch einiges anrichten oder war es das tatsächlich und flammy machte den ausgleich ich glaube nicht weil vom anderen kommt der sepiator und das müsste es für flammy sein aber aber auch dass sich flammy durchsetzen wird aber sehr sehr deutlich mit 20 punkten unterschied und das ist das eins zu eins jetzt ja flammy konnte sich hier tatsächlich gut erholen und ja eine gute antwort setzen gegen die doch relativ dominante erste runde jetzt sehen wir die lange straße die hauptstraße wieder als counter ok wollen wir wohl ein bisschen klassisch bleiben eine einfache map haben wir ja in der ersten runde gesehen dass daniel sich durchsetzen konnte unter fix system und so und wir sehen hier beide anfangskarten fungieren perfekt zueinander damit hat dann jetzt auch schon seinen ersten special punkt das hat daniel spitze gemacht das ist selten dass man so eine perfekte kombi hat während das leben halt auch die ganz komisch in die mitte baut das ist halt auch ganz wichtig dass du bei table turf dir dein deck so aussuchst du ja dass das deine karten auch miteinander harmonieren können und das dass du nicht am ende dann die situation hast dass dass du keine karten ersetzen kannst das wäre natürlich natürlich nicht so gut und jetzt setzt sich dann tatsächlich in die mitte rein und flammy baut bald hat diese lange stange da links was möchte er machen einmal von oben nach unten das sieht mir momentan so aus als wenn beide umeinander herum bauen aber flammy jetzt mit dem guten kontern gegen daniel seinerseits ist auch ein special point sich holen wir versuchen gerade da unten das abzuschotten damit daniel nicht weiter bauen kann und er schafft es hoffentlich perfekt kontert daniel erneut also wir sehen hier wirklich 22 spieler die war sie schon genau wissen was der gegenüber machen möchte ok jetzt dann ja auch zugemacht ist ein kleines problem hat nämlich zwei riesige karten aber nicht so viel platz dafür und daniel jetzt eine karte ganz nach unten warum naja weil er sich jetzt gerne noch einen weiteren special point holen möchte hat damit zwei special points wenn er sich auch zwei geholt wird er jetzt aber schon seine special use oder wird er erstmal warten das ist die große frage wenn die versucht er mit dem stapler schön links noch ein bisschen mehr platz zu verschaffen wenn das daniel in das daniel einen weiteren special point holt er hat jetzt drei an der zahl wird noch einen und dann kann er einen von seinen seinen vierer verwenden der ist gut gesetzt der ist richtig gut gesetzt jetzt hat er vier special points und kann theoretisch von seinen vierer verwenden aber er hat family eingegeben und wenn jetzt selber ein buch und durch hat für mich jetzt fünf damit kann er seine drei karten hier nicht setzen konnte als special attacke verwenden im letzten ziel ich weiß nicht ob das für daniel nicht vielleicht nicht so gut war weil daniel holt sich jetzt gleich den fünften special punkt das bedeutet er kann theoretisch den goldi einsetzen oder den den optoling mit der splatling der ist natürlich sehr sehr stark von daniel der 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 hat gewartet hat er hat jetzt sogar sechs er hat jetzt sogar sechs special points er aktiviert den goldi die nimmt die halt war die muss er jetzt perfekt jetzt um die möglichst größte zahl an punkten zu überfärben das ist unsicher welche von beiden nimmt er nimmt den opto kommandanten das ist ein guter halter nimmt sehr viel ein das können sehr knapp werden können sehr knapp werden also hat zwar mehr special points am ende also nämlich auch er hat mir umgeschärbt dadurch dass seine karte mehr wert hat und sich hier tatsächlich daniel auskontern und das bedeutet die flammy dreht hier das spiel quasi einem 2 zu 1 und ja das war's mit hast ne runde aber nicht nur dass er das einfach so gedreht hat weil er halt war ein punkt mehr hatte hat auch zwei punkte mehr gefärbt von daniel hat daniel wohl nicht dass die perfekte rücke gefunden trotz der tatsache dass er doch am ende eine sehr sehr starke karte mit dem opto kommandanten gespielt hat war es dann am ende nicht ausreichend und flammy holt sich hier in sieg in diesem play all 3 ja und das vermag doch weitere spannende runden auf uns zukommen lassen denn ja das war's noch noch lange nicht weitere runden vom dsb tcg kommen auf jeden fall noch bleibt also dran wir gehen in eine ganz kurze pause und sind dann gleich wieder zurück bis gleich